So, wird getankt jetzt, wurde nicht so viel gemacht, war beim Friseur, mit Memo Frühstücken, hab ein bisschen gezockt und 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 und, war noch ein bisschen bei Oma und Opa, ein bisschen Klönschnack halten. Viele haben gefragt, was überhaupt gestern für Familienfest war, Opa hatte Geburtstag, der hat am 21.11. Geburtstag und ja, da war gestern schön Grünkohl fressen und zusammensitzen, Geschwister, Cousin, Cousine, alle waren da, ein guter Familientag halt. Was geht ab? Es ist gerade 18 Uhr, ich bin hier gerade mit Holle und Memo. Was geht ab, Jungs? Was geht ab, Holle? Was geht ab, Memo? Wie sind hier die Deutschen? Memo, wann machst du deine zweite Story? Hau raus. Kommt bald wieder raus. Morgen sagst du? Kann man sagen. Okay. Holle, was geht? Nichts, nichts. Auf jeden Fall sind wir hier mit Kylo noch am Start. Oh, Kylo, du bist ja so schwarz. Oh, mein Süßer, Kylo. Kylo, was geht? Oh, ja, Digga. Memo glücklich. Joa. Die erste warme Mahlzeit heute. Jetzt wird fertig abgeschmatzt, Digga. Oha, Digga. Sieht aber schön aus. Sie riecht hier auch richtig weihnachtlich. Oder sieht gut aus, ne? Ja. Aber soll ich dir ganz ehrlich was sagen, Digga? Scheiß drauf. Da will ich jetzt hin. Wenn du dich im Garderobenraum, im Casino umziehen darfst, dann hast du alles richtig gemacht. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.